Die Aufgaben des Personalbereichs entwickeln sich weiter. Vom Verwalter wird er immer mehr zum Gestalter. Daher muss sich das Personalwesen als die zentrale Organisation positionieren, in der alle Fäden zusammenlaufen. Die Basis dafür sind eine 360-Grad-Sicht auf alle Mitarbeiter und effiziente HR-Kernprozesse, mit anderen Worten SAP Success Factors Employee Century. Transparenz über die gesamte Belegschaft ist wichtig, um Führungskräfte bei der Entwicklung geschäftsorientierter Personalstrategien besser beraten zu können. Die Zeit dafür gewinnt die Personalabteilung dadurch, dass viele administrative Tätigkeiten durch den Mitarbeiter-Self-Service entfallen. Wenn ein Mitarbeiter umzieht, kann er selbst seine Adressdaten im System ändern. Die Daten sind damit immer auf dem neuesten Stand. Braucht er für seine neue Wohnung Gehaltsnachweise, hat er jederzeit darauf Zugriff. Für seinen Umzug stellt er ebenfalls bequem im Portal noch einen Urlaubsantrag, der im automatischen Genehmigungsprozess direkt bei seinem Vorgesetzten eingeht. Nach dem Umzug lädt der Mitarbeiter schließlich noch den unterschriebenen Mietvertrag in seiner digitalen Personalakte hoch, um sich die Umzugskosten erstatten zu lassen. Alles ganz transparent und ohne manuellen Mehraufwand für die Personalabteilung. Um ihrer neuen Rolle als Gestalter und den neu hinzugekommenen Anforderungen gerecht zu werden, braucht die Personalabteilung nicht nur zeitliche Entlastung, sondern auch präzise und effiziente Analysewerkzeuge. In seinem Dashboard sieht der Personalmitarbeiter, dass die Dauer für die Besetzung offener Stellen in Nordamerika immens gestiegen ist. Um der Sache auf den Grund zu gehen, schaut er sich diese Region näher an und stellt fest, dass vor allem externe Bewerber immer seltener Jobangebote angenommen haben. Seine Vermutung, es muss am Gehalt liegen. Das bestätigt sich in der Benchmarkanalyse. Der Vergleich mit anonymisierten Daten anderer Unternehmen zeigt, dass die Vergütung unter dem Marktniveau liegt. Daher empfiehlt er dem Management, hier anzusetzen. Für international tätige Unternehmen enthält SAP SuccessFactors Employee Central über 80 Länderversionen, die alle lokalen Anforderungen an Personalprozesse abdecken und länderspezifische Berichte in verschiedensten Formaten unterstützen. Alles selbstverständlich in Einklang mit der DSGVO, der EU-Datenschutz-Grundverordnung. SAP SuccessFactors Employee Central bringt alle Personaldaten an zentraler Stelle zusammen, vereinheitlicht ihre HR-Prozesse und steigert damit die Effizienz in ihrem Unternehmen. der EU-Datenschutz-Grundverordnung. SAP SuccessFactors